Ja, hi Leute, wir sind hier bei unserem Set zu unserer neuen Single Sono il Destino. Nachdem wir alle Corona negativ getestet sind, können wir euch ein paar Bilder zeigen. Es wird wahnsinnig spannend, es wird magisch, es wird großartig. Wir freuen uns mit vielen tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Bleibt einfach dabei, schaut euch das an. Das ist die erste Szenerie für das neue Video. Die Bandbox, die rote Bandbox. Die anderen sind gerade in der Maske und wir haben jetzt gerade die Stage quasi fertig gebaut und drehen jetzt die ersten Szenen. Da habe ich mich heute für ein kleines Schlag zu entschieden. Ja, aufgrund von Platzmangel. Geschrieben haben wir den Song in der Zeit nach Marie, wo wir Zeit gehabt haben. Im Grunde hat uns die ganze Corona-Pandemie eine Zeit verschafft, um Songs zu schreiben. Und wir haben bemerkt, dass nach Marie und nach dem Ganzen, was da drum herum passiert ist, wir ein anderes Gefühl für das Songwriting gekriegt haben. Wir haben begonnen, immer mehr sozusagen so eigene Welten zu schaffen. Den Hans Steinecker, der Regisseur, der einfach auch Visionär ist, was das angeht. Im Grunde ist das Video eigentlich der Song als Bild. Und die Band gibt Gas, du lässt ihn nach. Super Gefühl. Gut, sehr gut, wieder besser. Ich fach schon abgenommen, Gott sei Dank. Nicht hingewillt man. Jetzt gerade ist es sehr warm. Es ist nicht so warm, aber es geht kaum. Bin ich gar nicht schniff. Ich bin fertig. Ich habe einfach am fleißigsten gearbeitet von allen. Deswegen ist man halt am schnellsten fertig. Wir sind fertig mit den Band-Shots, zumindest mit dem Performance-Teil. Das ist nur die Belohnung. Und jetzt geht es ans Fotoshooting. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil alle so fesch sind und so lieb. Das wird aber super. Der Teufel heißt dann Sono il destino Sono il destino Sono il destino Einzelne Mitglieder der Band kenne ich schon aus meiner aktiven Musikerzeit. Und da haben wir immer schon mal geredet, wenn wir so ein gemeinsamer Musikvideo machen. Und dann haben wir es auch gemacht. Das ist jetzt das Dritte. Mir taugt es ziemlich. Es ist magisch. Also auch wenn es manchmal nicht so wird. Noch nicht. Nein, aber es ist eine coole Kombination, glaube ich. Dancing Stars, ich komme. Das weiß keiner so genau, diese unheimliche, mysteriöse Frau. Was sie will, da sonst werde ich nicht schlau. Will sie Liebe wie im Kino, was zum Teufel heißt dann? Sono il destino. Pass auf, Stani, wenn es noch immer zu langsam war. Gelöst. Und Tommy Tennis ist jetzt dran. Und dann ist das Video fertig. Im Musikvideo versucht er sogar, dass Stani etwas Magie. Er würde nämlich gerne einen Löffel verbiegen. Aber unter uns, Magian, geht es am besten mit einer Gabel. So, jetzt haben wir einen Drehschluss. Ja, es ist soweit. Wir haben das Video abgedreht. Wir sind fertig. Es war eine unglaublich großartige Erfahrung. Vor allem auch mit den beiden. Wir haben ja die Fantastik-Comitents. Der Clairoyens. Ich glaube, dass das Video wirklich ganz großartig wird. Wir haben nur mit großartigen Leuten zusammengearbeitet. Es ist wie eine Familie inzwischen. Unser drittes Video in der Gruppe. Und ich glaube, das stoppt irgendwie alles. Jupp, das fetzt rein. Das fetzt rein. Genau so, wie die Jugend heute sagt. Viel Spaß. Und jetzt hauen wir uns ab. Ja, weg. Sauchen wir uns weg. Sauchen wir uns weg. Ich stehe wie immer ganz allein in meinem Zimmer. Daheim hab mir Probleme ausgedacht. Grad alte Sorgen warm gemacht. Eben denk ich noch so bei mir, dass eigentlich nie was passiert. Da klopft es an. Ich bin verwirrt. Wer hat sich da denn wohl verirrt? Da steht an der Tür mit meinem Namen eine mir völlig unbekannte Frau im Rahmen. Woher sie ist, das weiß keiner so genau. Diese unheimliche, mysteriöse Frau. Was sie will, daraus werde ich nicht schlau. Will sie Liebe wie im Kino, was zum Teufel heißen. Sono il destino.